Hallo liebe YouTuber! Grüß Gott! Heute ist Gefahr im Versuch. Es ist Montag, der 2. August. Ich war gestern im Wald. Und ich zeige euch jetzt mal, was wir heute machen. Ich denke, da sieht man es. Folgekäferbekämpfung. Sieht mir auch ganz schön, wie der jetzt bereits geschehen ist. So wird dahinter auch noch mal einer. Der Plan ist folgendermassen. Ich werde zwei Tage mal gucken, dass ich so viel wie möglich noch die Feld kriege. Ich werde sie ausasten, aufarbeiten. Und wahrscheinlich morgen rücken. Vermutlich quasi ohne Pfeilwinde. Nach Mittwoch ist jedenfalls reich häckseln. Und schauen, dass sie bis zum Donnerstagabend die Frösung weiter. Bei dem sieht man es beispielsweise. Die Krone ist noch grün, aber unten ist der Befeil da. Es geht rindeweg verharzt. Das typische Barmeer sieht man jetzt eigentlich gar nicht. Das ist auch komisch. Bei dem bin ich mir nicht sicher. Da bleibt man unter Beobachtung. Man sieht noch nichts. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir einfach mal gleich mit dem Kandidaten an. Mit dem Zerstocherli. Mal gucken, wo ich nachstehe. Die Kleinen machen einen Fähheberschnitt, die größeren Kälmer. Das meinte ich auch, wenn es toll ist. Fähgeschäde, da ist der Bock drin. Das wird besser. Gut. Leichter Rückhänger. Aber den scheinen wir bei in die Richtung nicht. Gut. 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 settled. Gut. Ya und ich H Damas! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020